Am 30. Mai ist der Weltuntergang, wir leben nicht mehr lang, wir leben nicht mehr lang. Das klingt irgendwie verrückt, aber das hat meine Tante damals immer gesungen oder erzählt, wo ich noch ein kleines Kind war, und das zeigte schon, dass damals der Mai irgendwas Besonderes war. Und wenn ich an heute denke, dann ist es ja so, da sagt man als Börsenweisheit immer, sell in May or go away, oder man sagt generell, der Mai macht alles neu. Also irgendwas scheint anders zu sein, als in den anderen Monaten, und bei mir war es genauso. Also ich habe jetzt auf den Monat Mai zurückgeblickt, habe die, ich sage mal, Auswertung gemacht, und habe gesehen, Mensch, Christian, du hast gut Geld verdient, sogar mehr als im Angestelltenverhältnis damals, habe aber im Gegenzug, ja, mehrere tausend Euro weniger Vermögen. Also da passt irgendwas nicht zusammen. Und ich will dich heute mal mitnehmen auf meinen Mai-Rückblick und mal einfach alle meine Learnings, meine To-Dos und meine genauen Einnahmen und Ausgaben zeigen. Und ja, das wird auf jeden Fall ein sehr interessantes, ich sage mal, Monats-Update. Und ich hoffe, dass ich nichts vergesse, weil das ist pickepacke vollgepackt. Und wenn jemand sagt, so ein Update des Monats ist langweilig, dann beweise ich dir heute das Gegenteil und sage einfach mal, nö. Und warum, das erfährst du direkt nach dem Intro. Ja, willkommen zurück, wenn so Themen wie Sparen, Investieren, finanzielle Freiheit, oder ich sage mal so Themen, die so dir Cash in the Test bringen, wenn das genau dein Ding ist, oder du mich so auf die nächsten Monate oder Jahre bei meiner finanziellen Freiheit begleiten willst, dann, falls ich schon geschehen, lass ein Abo da. Und ich würde sagen, weil es ein Monats-Update ist, schau mal wieder an den Bildschirm, weil ich dir eine ganze Menge zu zeigen habe. Ja, und hier sehen wir schon, dass ich das Monats-Update vom Mai vorbereitet habe. Und ich scrolle mich einfach schon mal durch. Und was war am Mai besonders? Also ganz am Anfang möchte ich erwähnen, ich habe am Mai wirklich, das hatte ich, ich sage mal, zwei Monate zuvor habe ich da noch nicht dran gedacht, aber zwei neue Einkommensquellen, ja, generiert. Zwei neue Einkommensquellen heißt ganz einfach, das zeige ich dir nachher sogar bei den Einnahmen schon, dass ich für einen Bekannten, Verwandten, ich sage mal, im Backoffice in seiner Firma mitarbeite und da auf Stundenbasis, ich sage mal, nebenbei noch ein paar Euro verdiene. Das ist nicht viel, aber ist sehr gut. Und natürlich YouTube, wir haben es jetzt, wenn du jetzt unten guckst, wir sind jetzt über die tausend Abonnenten, also vielen Dank dafür. Da bin ich über die tausend Abonnenten oder sind wir drüber. Und da gibt es natürlich auch Kohle. Und was ich auch erlebt habe, ich war im Mai sogar ein, zwei Mal im Außendienst, habe, ich sage mal, meinen Kumpel begleitet. Und ich arbeite im Grunde genommen jetzt, das ist mir so aufgefallen, meinen Wochenplan ab, der ist nicht zu vollgepackt. Und ich habe jetzt so erstmalig das Gefühl, dass so ein bisschen Routine reingekommen ist. Und was das Schöne ist, wenn ich die Einnahmen betrachte und die Zeit, die ich dafür investiere, ist da ein ziemlich gutes Verhältnis. Also ich würde einfach mal sagen, dass mein Stundenlohn, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, relativ hoch ist, also nicht super stinkreich oder so, aber so diese Effizienz ist da und das gibt mir natürlich eine ganze Menge, ich sage mal, Freiheiten für, ja, auch für neue Sachen oder für neue Ideen. Und es ist natürlich erstaunlich, das sehe ich immer wieder, wenn du verschiedene Cashflows hast und seien sie noch so klein, alle Zusammensorgung dann immer wieder dafür, dass ja am Ende des Monats genug Geld da ist, um, ich sage mal, Strom zu bezahlen, um zu leben, um zu essen, um zu trinken, um Spaß zu haben. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte. Aber der Mai hat auch ein bisschen dunkel ins Licht gebracht, um es mal so auszudrücken, und zwar, trotz guter Einnahmen bin ich quasi, ja, aufgrund der Finanzmärkte, es ging ja, die Aktien gingen nach unten, die Krypte, es ging nach unten, alles ging so ein bisschen nach unten, hat das dafür gesorgt, dass mein komplettes Portfolio, der Gesamtwert, doch um mehrere tausend Euro gefallen ist. Das heißt, auf der einen Seite hatte ich gut Einnahmen, auf der anderen Seite hatte ich, ja, Vermögensverlust, um das mal so auszudrücken, also ist ja unrealisiertes Vermögen und das ist ja natürlich eine crazy Kombination, die ich noch nicht so richtig hatte jetzt in meinem Experiment der frugalen finanziellen Freiheit. Also das ist natürlich schon strange. Und wie habe ich es hier geschrieben, wie endet ein lässiger Mai mit Turbulenzen an den Märkten? Und das sehen wir natürlich jetzt. Und wir kommen jetzt erstmal zu dem, ich sage mal, persönlichen Rückblick. Ich sage mal, treue Zuschauer wissen ja, dass ich jeden Monat mir fünf Ziele aufschreibe, also fünf Ziele, die ich erreichen möchte. Das können persönliche Ziele sind, das können finanzielle Ziele sein, das kann auch mal so ein Belohnungsziel sein, wo ich mich belohnen möchte. Und ich habe mal die Frage bekommen, Mensch, Kuschern, warum machst du jeden Monat deine fünf Ziele? Und jetzt möchte ich dir mal erzählen, warum. Warum? Und zwar kennst du das, du gehst in den Einkaufsmarkt und willst irgendwas kaufen. Irgendwas ist wichtig. Meinetwegen, du brauchst unbedingt eine Banane, weil du dir einen Bananen-Check machen möchtest. Und dann gehst du durch den Markt, bist da eine halbe Stunde unterwegs, hast den Einkaufswagen voll, kommst nach Hause und was hast du vergessen? Die Banane. Ja, und bei mir ist es so, ich will meine Bananen in Richtung Erfolg nicht vergessen. Und wenn ich mir diese Ziele aufschreibe, dann sind die immer wieder präsent, weil ich trug sie mir ja auch aus und dann vergesse ich das nicht, weil es ist mir schon so oft passiert und da habe ich mich ganz schön in den Popo gebissen in der Vergangenheit, dass ich mir ein Ziel gesetzt habe, habe gesagt, Mensch, nächsten Monat möchte ich dies oder jenes machen. Und was war? Der Monat war um. Ich habe richtig viel Quark gemacht den ganzen Monat. Aber das, was richtig war, habe ich nicht absolviert. Und das ist auch so eine Sache, die kann ich dir mitgeben. Schreibe dir so eine Top 5 Ziele des Monats, des Tages, der Woche, des Jahres auf und dann wirst du auch dahin kommen, wo du hinkommen willst und nichts vergessen. Es ist gar nicht so der Fleiß, die Faulheit oder die Fähigkeiten oder was auch immer. Es ist einfach, man muss mal dran denken in der heutigen Jahrzeit. Und meine persönlichen Ziele im Mai sind hier geschrieben. Und zwar einmal war ein Ziel, ein richtiges Ziel war, weiter den Konsum von Zucker zu reduzieren und solch die was sagen, da kann ich mich überhaupt nicht freuen, habe ich nie geschafft. Ich habe, glaube ich, mindestens genauso viel Zucker wie im April, im März, im Februar und im Januar gegessen. Aber das kitzelt mich jetzt schon so stark, dass ich jetzt mit dem Start Juni habe ich sozusagen den zuckerfreien Monat eingeläutet offiziell. Und wenn ich das hier sage, hier in die Kamera, dann mache ich den Druck auch höher für mich. Und ja, also für den Mai kann ich sagen, dieses Ziel ist failed, habe ich nicht geschafft. Das nächste Ziel war, die Landingpage für diesen Blog endlich neu zu gestalten. Also ich habe ja den Selbstschuld-Blog, der läuft ja parallel mit dem YouTube-Kanal. Und die waren nicht so wirklich synchron. Und da ging es darum, ja, ein bisschen, ich nenne es ja mal Corporate Identity zu schaffen. Und du siehst vielleicht jetzt schon auf der rechten Seite hier die ganzen, ja, eigenen Symbole oder Bilder. Das ähneln dann doch schon den Thumbnails auf dem YouTube-Kanal. Und das ist toll, weil das hat dann so ein bisschen, ja, synchrone Formen. Und wenn ich jetzt bei jemandem auf dem YouTube-Kanal bin und komme auf den Blog und umgekehrt, und das passt gar nicht zusammen, dann ist es auch nicht schön. Und ja, das hat mir, ist mir gut gelungen. Und da kann ich sagen, dann. Der nächste Ziel oder das nächste Ziel im Mai war, einen Livestream zu machen mit mindestens 100 Sport-Tipps. Habe ich geschafft. Wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich es mal hier oben. Und das war natürlich auch eine Erfahrung, weil ein Livestream von ungefähr einer Stunde, wo du 100 Sport-Tipps vorträgst oder erklärst oder vorstellst, ist ganz schön, ja, da hast du ganz schön ein Fusseln am Mund am Ende, um das mal so auszudrücken. Und ist ganz schön anspruchsvoll. Aber es kam auch sehr gut an, hat gute Aufrufezahlen. Und ja, ich sag mal, Sport-Tipps in der heutigen Zeit sind immer gut. Dann hatte ich ein Ziel aufgedrückt bekommen und zwar von der Künstlersozialkasse, weil ich möchte ja in die Künstlersozialkasse eintreten. Und hatte schon alle Formulare und Anträge abgegeben. Und dann kam nochmal die Nachfrage, Mensch, wie wollen wir noch so einen kleinen Business planen von dir, Herr Bayer, oder von Ihnen, Herr Bayer, und wie Sie sich das Ganze vorstellen. Und das hat dann doch mal ein bisschen Zeit gebraucht. Das habe ich auch zusammengestellt. Da saß ich mal 1, 1,5 Tage dran, um das ordnungsgemäß vorzubereiten. Das ist jetzt eingeschickt. Und jetzt worte ich natürlich auf das Feedback der Künstlersozialkasse und ob ich da aufgenommen werde. Wenn ich dann aufgenommen werde oder nicht, werde ich natürlich nochmal ein Video dazu machen. Und wenn ich aufgenommen werde, werde ich auch wahrscheinlich dieses Schreiben, was ich da zusammengestellt habe mit dem Businessplan, soweit ich das halt veröffentlichen darf, von den Zahlen her und so, werde ich das auch hier auf dem YouTube-Kanal mal zeigen. Mit dem Buch Glücksmoment trifft Hamsterrad zu Beginn habe ich nicht geschafft. Das ist ein bisschen nach hinten geschoben. Das kommt vielleicht jetzt später. Und dann hatte ich noch so ein kleines Belohnungsziel mir vorgenommen. Und zwar wollte ich in Dr. Strange Teil 2 gehen und mir den Avatar-Trailer davor einziehen, um es mal so auszudrücken. Und ja, habe ich geschafft. Und Dr. Strange ist empfehlenswert, ist jetzt nicht der Überknaller. Und Avatar, der Trailer, ist wahrscheinlich schon, ja, da kriege ich Gefühle und möchte einfach wieder in den Film rein. Und ich habe gestern erfahren, übrigens für alle Avatar-Fans, dass im September nochmal der erste Teil rauskommt, also nochmal rauskommt, nochmal aufgelegt wird. Und jeder, der nochmal richtig schön groß in 3D sehen will, kann sich anschauen. Also wer sich den anschauen will und aus der Nähe von Dessau kommt, kann sich gerne melden. Ich gehe mit jemandem ins Kino, weil den werde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Ja, kommen wir mal zum Thema des Monats. Es hat sich so ein bisschen eingeprägt oder eingeschlichen, dass ich jeden Monat so eine Art Thema habe. Und das Thema des letzten Monats, wenn ich da so runterbrechen darf, ist das Thema Coaching. Coaching. Ja, total verrückt. Habe ich so viele Jahre lang auf Arbeit gemacht und hatte auch richtig Spaß gemacht. Und jetzt in der frugalen finanziellen Freiheit wollte ich jetzt nicht unbedingt der große Coach werden. Aber es passiert dann doch immer mal, dass eine Frage kommt, Mensch, Grusche, an ihr mit den Finanzen und so. Kannst du mir ein bisschen helfen oder kannst du mich da coachen? Und das habe ich gemacht. Ich habe es ja so schön geschrieben, hier treffen meine jahrelange Berufserfahrungen, meine Investitionsleidenschaft und meinen Zahlenfetisch auf dem anderen. Weil, ja, wenn ich was gerne mag, sind es wirklich so die Coachings, die ich damals auf Arbeit gemacht habe. Ich mag Excel-Tabellen, das hast du bestimmt schon gemerkt. Ich kann ja nochmal ein Video hier verlinken. Und wenn das alles zusammentrifft, ist das natürlich toll. Und dann hatte ich noch das Glück, dass, ich sage mal, ich durfte eine wirklich nette Frau coachen und anhand nehmen und tiefer in die Finanzwelt begleiten. Und das Verrückte dabei war nämlich, dass die Frau, oder ja, damals Frau, ich weiß gar nicht, wie ich es am besten ausdrücke, dass sie schon unwahrscheinlich viel Erfahrung hatte. Sie wusste schon, was ein ETF ist, was ein ETF-Sportplan und was ein Mittelwert-Effekt und was Zinses sind Effekte oder so. Die Basics waren schon da. Also sie waren quasi schon mal zu Besuch bei Madame Money, Penny & Co. Aber manchmal braucht es vielleicht doch so einen Stups vom Mann von nebenan. Also ich sage mal, von Normalo so wie mich, der das vielleicht nochmal auf meine Art und Weise erklärt. Und ja, es ist ja auch immer so, da habe ich es ja auch in den Blogbeitrag geschrieben, nicht jeder will stinkreich werden, sondern nur reich in Anführungszeichen. Also nur reich heißt, nicht jeder will jetzt hier Millionär werden. Aber viele, die, ich sage mal, mich fragen, ja, was kann man denn machen und wie kann ich vorsorgen, wollen einfach abgesichert sein. Also es ist nicht immer so, dass finanzielle Freiheit im Mittelpunkt steht. Und das kann ich dann natürlich ziemlich gut abdecken. Und wir haben dann, ich sage mal, eine schöne Bedarfsermittlung und Status quo ermittelt und haben dann, das fand ich richtig toll, das mache ich immer super gerne, so einen Finanzplan für die nächste Zeit, für die nächsten Jahre, sage ich mal, aufgestellt. Und um mal einen kurzen Einblick zu geben, was da rauskam, war wirklich, wir haben eine grundlegende Core-Satellite-Strategie umgesetzt oder erarbeitet, weil das passte sehr gut zum Risikoprofil. Das heißt, du hast als Core, hast du den ETF und als Satelliten hast du so ein paar Einzelaktien drumherum. Das ist toll, das haben wir so konfiguriert und da sind wir noch dabei, dass es, ich sage mal, regelmäßig automatisiert, ja, investiert wird in den ETF und in die Aktien. Dann war noch ein bisschen Mut mit dabei, ein bisschen Kryptos sollten auch mit rein. Haben auch einen Sportplan dazu gepackt und sogar noch einen kleinen Spielbetrag, also wo man in ein kleines Hochrisiko-Investment reingeht. Und ja, und das Ganze ist natürlich dann so gestaltet, wenn es jetzt fertig konfiguriert ist, braucht sich keiner mehr, ich sage mal, Gedanken drum machen und dann läuft es in den nächsten zwei Jahren von alleine. Und ich sage mal, nicht jeder hat so die Zeit wie ich oder wie die Finanzblogger oder jemand, der das wirklich gerne macht, sich da jede Woche mit zu beschäftigen. Manche wollen sich auch dann einfach nach einer Bedarfsermittlung und nach einer Strategie mal zurücklehnen und ein, zwei Jahre nichts damit zu tun haben oder einfach mal zu schauen, wie es läuft. Und das haben wir da an der Stelle geschafft. Und da habe ich wieder eins gemerkt und zwar, mein Ziel ist es jetzt nicht, ein großes Coaching-Business aufzubauen. Das können andere wahrscheinlich besser. Aber so ein bisschen, mein Herz und meine Seele hängen da doch ein bisschen dran. Und falls du selber schon mal sagst, Mensch, da kriege ich an der Typ, der vor der Kamera ist, ich ans Dufte und ich habe ein paar Fragen zu Finanzen oder würde auch mal gerne meine finanzielle Situationen reviewen oder wie auch immer und sagst, Mensch, mit dem möchte ich mal sprechen. Ja, dann klick dich mal in den Blogbeitrag rein, da gibt es so freie Slots und da kannst du erst mal ein paar Minuten mit mir in Kontakt treten. Und wenn es dann wirklich eine Kombination wird, wo ich sage, dass ich dir auch helfen kann, dann wird es halt ein Coaching und dann wird es natürlich schweineteuer, mindestens 100.000 Euro. Nein, dann wird es ein ganz normales Coaching, nicht zu überzogen. Und dann helfe ich dir natürlich gerne weiter, habe ein begrenztes Lotz. Aber falls dir das Interesse besteht, habe ich diese Werbung jetzt abgesagt oder abgesprochen. Juti, jetzt wird es aber ein bisschen spannender und jetzt lass uns mal in die Ausgaben gehen. Und zwar die Ausgaben, das war ziemlich cool, also aus meiner Sicht, weil der Mai war da relativ langweilig. Es gab kaum Ausreißer und ich sage mal, ich war so ein bisschen geringfügig über meinen selbst gewählten 1.250 Euro Budget, 1.250 Euro Budget, so das frugale finanzielle Freiheitsbudget, was ich mir immer für jedes Jahr, also für jeden Monat hinlege, sodass ich am Ende des Jahres mit 15.000 Euro klargekomme. Und was ich nicht gedacht hatte, also ich habe es geahnt, aber hätte ich nicht gedacht, den größten Teil meiner Kosten waren die Fortbewegungskosten. Und ich muss dafür sagen, ich habe mich kaum bewegt, ich bin zweimal ums Dorf gefahren und das war es. Ja, was ist passiert? Ja, nach einigen Jahren brauchte mein, ich sage mal, kleiner Flitzer, der Mitsubishi Colt, doch mal ein paar gute Sommerreifen und, ich sage mal, noch eine kleine Schönheitsreparatur, wenn ich es so nennen darf. Und alles zusammen hat dann doch 364,58 Euro gekostet. Das ist jetzt, ich sage mal, gar nicht so ein hoher Preis. Und immer wieder, wenn ich jetzt in die Werkstatt muss, freue ich mich, also freue ich mich in Anführungszeichen, weil je einfacher und je kleiner das Auto ist, desto kleiner auch die Reparaturpreise. Und dazu kam noch einmal tanken, der Tank war tatsächlich leer. Und bei den aktuellen Spritpreisen komme ich da auch bei einer Tankfüllung über deutlich 50 Euro. Und somit kamen 413,91 Euro zusammen. Und das ist natürlich nur, um sich fortzubewegen. Und wenn ich bedenke, ich bin vielleicht, keine Ahnung, 150 Kilometer gefahren, ist dann natürlich schon ein guter Betrag. Aber das muss natürlich auch mal sein. Und da fällt mir gleich ein, das habe ich auch in dem Blogbeitrag verlinkt, die Spritpreise sind ja immer noch sehr hoch. Und falls du wissen möchtest, wie du, ich sage mal, gut Sprit sparen kannst, dann verlinke ich dir auch noch mal das Video oder im Blog kannst du auch da durchklicken. Auf jeden Fall gibt es da, ich sage mal, ein Video mit 15 extremen Spartipps, um Benzin und bares Geld zu sparen. Ja, als nächsten Punkt kommt schon die Wohnkosten mit 328 Euro. Und hier ist es auch wieder so, der größte Teil wird von der Heizung aufgefressen, um es mal so auszudrücken. Und das war im letzten Monat, ich sage mal, inklusive Wasser, Abwasser und Strom, der zweitgrößte Posten. Und es ist aber in dieser Hinsicht okay, ja, weil die Gaspreise sind recht hoch. Aber was ich getan habe, oder erst mal vorneweg, spannend wird es jetzt im Juni, da kommen die Jahresendabrechnungen, da bin ich mal gespannt, ob meine höheren Abschläge, die ich immer zahle, ausgereicht haben, um diese hohen Gaspreise zu relativieren. Und was ich gemacht habe, aber da mache ich, glaube ich, noch mal ein extra Video dazu, weil das möchte ich in Ruhe erklären und das passt ja nicht rein. Ich habe es geschafft, im Mai selber 75% meiner, ich sage mal, Strom- und Heizkosten zu sparen. Und da habe ich mich nicht verrechnet. Ich habe 75% gespart, weil ich tracke ja mal am Monatsanfang und am Ende die Zählerstände. Und falls sich das interessiert, wie ich das gemacht habe, das kommt, glaube ich, nächste Woche schon als Video, also dann wieder mal reinschalten. Aber das war eine coole Aktion. Bei Nahrungsmitteln und Getränken bin ich ein bisschen über Budget. Mit 233,16 Euro, ich sage mal, ich habe immer so um die 220 Euro. Aber ich habe mich jetzt gut, ich sage mal, durchgefressen im Mai. Das bedeutet ganz einfach, ich habe jetzt nicht auf jeden Heller und Pfennig geachtet, oder Cent heißt es ja mittlerweile, und habe gute Sachen gekauft und bin da sehr zufrieden damit. Und das passt schon. Die Krankenversicherung, die war erstmalig höher als in den Monaten zuvor, weil ich muss ja, wenn ich frei bin, auch meine Krankenversicherung selber bezahlen. Und die lag bei 213,21 Euro. Das ist okay, ich sage mal so. Ich denke dann immer ein bisschen zurück, wenn ich die hohen, oder wenn ich diese Krankenkassenbeiträge bezahle, denke ich mal zurück. Letztes Jahr war ich im Krankenhaus, war ich in Intensivstation und musste gepflegt werden. Und ich hatte dann so die Rechnung gesehen. Also ich hätte, wenn ich das selbst zahlen müssen, hätte ich knapp 6.000 Euro bezahlt. Da bezahle ich auch im Nachhinein noch gerne die Krankenversicherung. Und weiter spannend bleibt, das hatte ich vorhin ja schon erwähnt, der Eintritt in die Künstler-Sozialkasse. Ich hoffe, dass, ich sage mal, mein Businessplan, den ich da eingereicht habe, recht zügig bearbeitet wird. Und dass ich dir dann vielleicht sagen kann, ob ich aufgenommen werde oder nicht. Und wenn ja, was du tun musst, um da aufgenommen zu werden. Weil Künstler-Sozialkasse ist ja quasi wie eine Institution, die den Arbeitgeberanteil übernimmt, den du hättest, wenn du arbeiten würdest. Mann, ist das viel konjunktiv. Ja, und bei den sonstigen Ausgaben, da lande ich im letzten Monat bei 136 Euro und 44 Cent. Und da waren einiges an Geschenken und Spenden dabei. Und so ein paar Kleinigkeiten hatte ich renoviert. Bei mir in der Toilette und im Sanitär hatte ich ein paar Ausgaben. Ich denke mal, für die sonstigen Ausgaben ist das voll in Ordnung. Und der beste Posten bei den Ausgaben sind die Freizeitaktivitäten und Reisen. Da habe ich nämlich minus 63,35 Euro ausgegeben. Und ja, hier steht auch so ein Blogbeitrag. Minus Ausgaben sind immer plus. Ich habe bei den Ausgaben, also die Kosten für Freizeitaktivitäten und Reisen, habe ich plus gemacht. 63,35 Euro. Ja, wie passiert sowas? Ja, treue Zuschauer wissen, ich werde dieses Jahr mit zwei Freundinnen nach Kanada fliegen und verreisen. Und da hatte ich einiges Geld in den Monaten vorher vorgestreckt. Und jetzt kam quasi die Rückzahlung mit den neuen Rechnungen für die Reise. Das hat sich so verrechnet. Und diese Rechnung hat ganz einfach dafür gesorgt, dass ich in dieser Kategorie mit plus aus dem Monat gehe. Und addiere ich jetzt alle Kosten zusammen und da gehören dann auch schon die recht hohen Fortbewegungskosten dazu, dann komme ich auf 1430,82 Euro. Und das ist natürlich cool. Und wenn ich diese Fortbewegungskosten nämlich rausgenommen hätte, dann wäre ich im Mai mit ungefähr 1000 Euro klargekommen. Und das ist natürlich krass. Ja, und lass uns dann einfach mal zu den Einnahmen kommen. Und bei den Einnahmen, so habe ich es hier geschrieben, da muss ich selber noch ein bisschen schmunzeln, da bekomme ich die Krise. Weißt du, ich baue mir so viel Cashflow auf, so viele Einnahmen durch vermietetes Eigentum, durch Bloggen, durch was auch immer. Und dann habe ich so eine Kategorie, die heißt sonstige Einnahmen, wo immer so was sonstig reinkommt, reinschütte. Und ja, total krass. Der Mai hat mich da überrascht. Und zwar die höchste Kategorie oder die meisten Einnahmen habe ich bei den sonstigen Einnahmen wieder eingenommen. Und da habe ich auch so geschrieben, erstens kommt es anders, zweitens, dass man denkt. Und bei den sonstigen Einnahmen sind wirklich krasse 1.193,90 Euro zusammengekommen. Okay, ich mag es jetzt immer, jeden Monat so ein bisschen die Gewinne von Robotics Online zu realisieren. Ich kann dir das auch noch gerne nochmal verlinken oder verlinkst dir später nochmal. Und da waren ja schon, ich sage mal, knapp 700 Euro dabei. Also es waren realisierte Gewinne. Das ist wichtig, dass man auch mal Gewinne realisiert, nicht, dass man irgendwann mal auf die Schnauze fällt, sage ich jetzt mal. Und dann kam zu meiner zweiten Hochrisikoinvestition, zu Jersey Fields, kamen auch noch 525 Euro Einnahmen. Und das macht dann schon über 1.000 Euro Einnahmen aus sonstigen, ich sage mal, Einnahmequellen. Ich muss wahrscheinlich in den nächsten Monaten mir für diese, ich sage mal, Einnahmeart auch einen Namen ausdenken und nicht nur sonstige Einnahmen. Aber ja, da sieht man, wie mächtig das ist. Und ich warne ja immer vor hohem Risiko, aber ich bin immer mit dabei. Und ich kann jetzt sagen, aus hohem Risiko können auch hohe Rendite entstehen. Und das ist immer so ein Ding, wo ich sage, das habe ich auch so im Blogbeitrag hier so geschrieben, wo mein Herz so in zwei Richtungen schlägt. Zum einen das warnende Herz, weil je höher das Risiko, desto höher ist das Risiko auch, dass was schief geht und dass man wirklich Geld verliert. Und auf der anderen Seite zeigen aber die Resultate, dass es sich auch lohnen kann, ich sage mal, mutig zu sein und Rendite mitzunehmen. Und ja, jeder muss ja mal für sich selber entscheiden, wo der Break-Even liegt. Aber ich bin froh, dass ich, ich sage mal, bei den risikoreichen Sachen auch mit dabei bin. Und ja, wenn die im Monat 1.000 Euro bringt, dann bin ich ja mehr als zufrieden. Das ist ja mehr, als ich gedacht habe. Muss natürlich immer nicht so hoch sein von den Renditen und muss natürlich auch nicht immer so gut gehen. Ja, schauen wir mal weiter. Die nächste Kategorie, oh, die mag ich auch. Das sind die stinkfaule Einnahmen. Stinkfaule Einnahmen heißt ganz einfach, das sind Dividende und Zinsen. Und das zusammen addiert, hat im Mai genau 517 Euro ergeben. Also der größte Teil kommt von den Dividenden. Ich bin über 400 Euro in die Dividende gekommen und dann kommen noch 105 Euro Zinseinnahmen dazu. Und das ist natürlich gewaltig. Ich habe so einen kleinen Vorteil aktuell oder alle Investoren, die schon länger dabei sind, haben einen Vorteil. Und zwar, wenn du auf Dividenden-Strategie aus bist und der Dollar-Kurs ist so stark, dann schlägt sich das natürlich auch in den Dividenden nieder. Und zwar sind dann die Dividenden auch um ein paar Prozent höher. Das fetzt natürlich. Und was natürlich auch wieder toll ist, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe über die Jahre, aber ich habe mir immer wieder Omega Healthcare auch angespart. Und wenn ich jetzt jedes Quartal nur von dem einen Wert 109 Euro oder über 100 Euro Dividenden kriege, ist das natürlich krass. Also da bin ich super happy. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber das zeigt auch, wie intensiv oder wie kraftvoll so ein Sparplan sein kann. Man legt so einen Sparplan an, vergisst ihn über die Jahre und schwuppdiwupp, kriegt man dann jedes Quartal 100 Euro Dividende. Das fetzt. Und bei den Zinseinnahmen ist es wie immer, der Großteil kommt von Pandora mit 95,09 Euro. Und dann kommen noch ein bisschen Augs Money und Mindus dazu. Die absterbenden P2P-Plattformen, die ich jetzt nicht mehr bespare. Und das ist natürlich ein gutes Ergebnis. Aber hier siehst du auch mal in Übersicht, wo kommt wie viel was rein an Dividende. Und das fetzt natürlich auch. Da kannst du auch mal schauen, was ich so aktuell im Depot habe. Ja, beim Blocken muss ich auch sagen, leider, also ich habe ein bisschen tief gestapelt, aber der letzte Monat lief auch richtig gut. Da kamen 358,94 Euro raus nach Abzug aller Blocking-Kosten. So kann ich das jetzt mal nennen. Und darüber freue ich mich natürlich super, weil ich hatte mit 120 Euro gerechnet fürs Blocken. Und ja, da freue ich mich. Also das fetzt und das Verrückte ist, du weißt ja, der Kuscher probiert immer ein paar verrückte Sachen aus. Du kannst ja bei Pinterest recht einfach, wenn du einen Pin hast, der auf einen Beitrag geht, kannst du simpel Werbung schalten. Du sagst, Werbung schalten, wie willst du es ausgehen pro Tag und lässt es laufen. Und ich habe es mal ausprobiert und ich habe, ich sage mal, ungefähr 40 Euro investiert und habe gefühlt 127 Euro rausgeholt. Ich weiß jetzt nicht, ob das hundertprozentig von der Anzeige kommt oder, ich sage mal, von normalen organischen Traffic. Aber es ist so, ich werde es einfach nochmal machen und wenn ich nochmal 40 Euro investiere und nochmal 127 Euro oder ähnlich raushole, dann scheint sich das zu lohnen und dann ist es wirklich so ein Traum vieler, ich sage mal, Online-Marketer, kleiner Online-Marketer oder wie man es immer nennen möchte. Man investiert einen Betrag X und kriegt einen Betrag X plus mehr raus. Und das kann natürlich auch, ich sage mal, hier habe ich so geschrieben, ein gutes Geschäft ergeben. Und ja, also ich schalte nochmal die Werbung und werde beobachten, wie es ausgehen geht und werde dich nochmal informieren. Und hier siehst du nochmal die komplette Übersicht, was da wie reinkam. Also die Aux Money Partner Programme, Bondora, Affiliate, Exporo, Juicy Fields. Und dann haben wir hier noch die Einnahmen von den Büchern, ich sage mal T-Shirts. Und da kommen wir nachher noch dazu, selbstständige, unterstützende Arbeit. Und insgesamt sind wir da natürlich gut im Plus. Und die nächste Einnahmekategorie, ich sage mal, ich mache das immer den Ranking runter, sind die Einnahmen durch selbstvermietetes Eigentum. Und die lagen im Mai bei 182,16 Euro. Jetzt wirst du vielleicht sagen, Mensch, liegen doch normalerweise mal bei knapp 300 Euro. Ja, diesmal kam so ein bisschen Grundsteuer dazu. Und ja, das alles zusammen differenziert, um es mal auszudrücken, bleiben dann 182 Euro über. Bin aber happy, weil ich habe jetzt schon nach nicht mal zwei Jahren, habe ich jetzt schon auf dem Rücklagenkonto 6.000 Euro angesammelt. Und ich habe das auch so hier geschrieben, wenn ich das mal so weiterspinne und, ich sage mal, fünf Jahre das Ganze so läuft, dann habe ich aller fünf Jahre nur durch Miete und vermietetes Eigentum, ja, ein Jahr frugale finanzielle Freiheit mir dadurch raus erkämpft. Natürlich, wenn da keine, ich sage mal, ungeplanten Kosten rauskommen oder ungeplanten Kosten entstehen. Aber das fetzt natürlich auch. Und das zeigt auch, dass eine kleine Wohnung, weißt du, am Anfang wirst du so ein bisschen beschmunzelt, nur eine kleine Wohnung bringt das was, dass auch eine kleine Wohnung was bringt. Und falls du Fragen hast, das kommt immer ziemlich häufig dazu, wenn ich von meiner Wohnung rede, ich klicke jetzt hier mal eins weiter. Ich habe auf dem Blogbeitrag hier verschiedene Artikel zum Thema Eigentumswohnung kaufen und finanzieren. Da habe ich das alles beschrieben. Und wenn du wissen möchtest, wie ich, ich sage mal, die finanziert habe, wie ich es gemacht habe, was es gekostet hat, wie, ich sage mal, der Ablauf war mit dem Notar, mit dem Besichtigungstermin und so weiter und was es auch alles gekostet hat, da habe ich quasi so eine Dreier-Serie. Hier siehst du zum Beispiel, was es auch gekostet hat und was meine berechneten Rendite waren und so. Da habe ich wirklich eine gute Serie geschrieben und die kannst du dir gerne mal, ja, ich sage es mal, pauschal reinziehen und ich werde wahrscheinlich auch in der zweiten Jahreshälfte das Ganze nochmal, in der zweiten Jahreshälfte das Ganze auch nochmal zum Video zusammenpacken. Aber das war wieder eine von den Entscheidungen, wo ich gesagt habe, Mensch, hast du gut gemacht, auch wenn ich am Anfang nicht sicher war, dieses Risiko einzugeben, aber das fetzt natürlich. So, dann kommen wir noch zu den Einnahmen aus der Kreativität, Einnahmen aus Büchern und T-Shirts und Einnahmen aus Büchern, das ist auch wieder krass oder da freue ich mich auch wieder tierisch. Trotzdem, dass wir Sommer haben, gute Temperaturen und die Tatsache, dass Lesen jetzt nicht so in ist, also die meisten hängen ja jetzt vor TikTok und gucken sich lieber bewegte Bilder mit Sound an, wird das Buch noch relativ gut verkauft. Also jeden Monat kann ich immer, ich sage mal, mit knapp 100 Euro, manchmal sind es drüber, manchmal sind es drunter rechnen und das ist natürlich toll und worüber ich mich ganz besonders freue, und das möchte ich mal auch in diesem Cashflow-Update sagen, ist, ich kriege hier eine ganze Menge von Feedbacks, also entweder direkte Feedbacks oder auch über die Amazon-Rezensionen und da freue ich mich natürlich tierisch und das macht fast noch ein bisschen mehr aus als die Euro, die paar Euro, die man damit verdient, weil wenn zum Beispiel jemand schreibt, besonders die Checkliste am Ende finde ich toll oder wunderbar ist die Betonung der Authentizität und ja, wie geschrieben wird in Zeiten von Hochglanz, Insta-Scam, ein wohltuender Gegenpol oder wenn man schon glaubt, dass man viel weiß von Bloggen, erfährt man noch mehr. Also ich habe damals einfach nur versucht, ein Buch zu schreiben, wo ich sage, Mensch, ich gebe all mein Wissen weiter, ohne großartig die Zielgruppe zu analysieren und ohne tausend Sachen zu machen und habe das so geschrieben, wie ich bin und da freue ich mich natürlich dann auch, wenn am Ende, ich sage mal, dieses Feedback kommt und ja, also falls du ja bloggst oder wissen willst, was in dem Buch steht, ich habe es ja auch nochmal hier so als Bild hingepackt und wenn dich das interessiert, kannst du es gerne bestellen und wenn du es nicht bestellen willst, musst du auch nicht, dann abonniere mich wenigstens, weil ab und zu verlose ich das Buch und dann kriegst du es halt mal sofort. Ja, bei den T-Shirts kamen 2,59 Euro rein, da habe ich mich auch gefreut und T-Shirt und kreative Einnahmen durch Buch, sage ich jetzt mal, sind 75,96 Euro, fetzt. Ja, und dann gibt es noch eine Premiere und zwar die Premiere ist, ich habe noch einen weiteren neuen Einnahmestrom und zwar nenne ich den jetzt erstmal Einnahmen aus selbstständiger, unterstützender Arbeit. Klingt total verrückt, ist aber auch genauso verrückt, wenn ich so ausdrücken darf und zwar ein guter Freund hat sich selbstständig gemacht und benötigt so ein bisschen Unterstützung. Ich nenne es jetzt mal im Backoffice und da bin ich mit dabei und helfe ihm immer auf Stundenbasis, weil ja, wenn du dich selbstständig machst und ich sage mal, allein GmbH-Unternehmen übernimmst, dann ist das nicht einfach zu handeln und irgendwann ist der Tag zu kurz, um die Stunden abzuleisten, die du brauchst und da helfe ich gerne und da konnte ich mich schon im Mai über einen extra Cashflow von 175,12 Euro freuen und das fetzt natürlich. Und wenn ich jetzt das alles so zusammennehme, was ich jetzt so schnell runtergerasselt habe, dann komme ich auf Einnahmen von 2.533,08 Euro. Und das ist natürlich gewaltig, weil ich bin ja nicht mehr angestellt und das ist im Grunde genommen schon mehr, als ich damals verdient habe und dann habe ich mir mal einen Spaß gemacht, da habe ich mal so eine Brutto-Netto, also eine Einkommenssteuer-Tabelle genommen und das würde ja bedeuten, dass ich im normalen draußen Leben 4.000 Euro brutto verdienen müsste, um auf diesen Wert zu kommen und das fetzt. Also das ist so eine Mischung zwischen, als ich angefangen habe, den Job zu kündigen und versucht habe, frugal finanziell freizuleben, da hat es ganz schön gekribbelt. Aber wenn du dann so eine Monate dabei hast wie den Mai, dann atmest du auch mal durch und sagst, Mensch, das könnte länger funktionieren und das drücke ich mir mal selber den Daumen, wenn ich das darf. Juti, dann geht es mal noch weiter zum Fazit unserer Sparquote. Also vom Mai wurde ich, ich sage mal, finanziell überrascht. Das heißt im Grunde genommen, ja, ich habe gut Einnahmen und Ausgaben produziert und die Einnahmen waren deutlich höher. Und wenn ich das jetzt so zusammennehme, das siehst du jetzt auch, da muss ich mal noch ein bisschen hochscrollen, dann ist es wirklich so, dass ich mit einer finalen Sparquote nach Steuern von 43,5% natürlich gewaltig da liege. Und am Ende des Jahres sind das immerhin noch 21,23% und das zeigt, dass das Ganze, ja, bis jetzt ganz gut aufgeht. Wir können jetzt ja mal in meine Excel-Tabelle gehen. Mal gucken, ob ich die vorbereitet habe für dich, weil dann haben wir es nochmal als Excel. Da siehst du es auch nochmal komplett. Da siehst du auch hier nochmal, also ich bin ja da voll transparent, rechts die Jahreszusammensummen, um das mal so auszudrücken. Und was ich auch immer gut finde, ich mag es immer, das Ganze so ein bisschen, ja, visualisiert zu betrachten. Und hier siehst du dann zum Beispiel die Zielerreichung in den verschiedenen Kategorien. Und da siehst du, wir haben jetzt ein knappes halbes Jahr rum und zum Beispiel bei den Dividenden oder bei den Zinsen oder, was ist das blaue, beim Block und was da alles dazugehört, ja, bin ich schon gut in der Zielerreichung. Und du siehst aber mit 228,6% die sonstigen Eigeneinnahmen, die muss ich mal demnächst, ja, spezifischer, ja, teilen, dass ich dir auch, ja, sagen kann, welche Einnahmen das sind. Weil wenn das so viel ausmacht, das ist natürlich krass. Und ich mache es auch sehr gerne. Ich gehe auch gerne durch die ganzen, ja, Bereiche. Und da siehst du zum Beispiel bei Dividenden knapp ein halbes Jahr ist rum. Knapp die Hälfte der geplanten Dividenden sind erreicht. Bei Zinsen ist es ähnlich. Bei Shirts siehst du da, bei T-Shirt-Design, da lose ich so richtig ab dieses Jahr. Aber das ist nicht so schlimm, da liegt der Fokus nicht drauf. Bei KDB, beim Buch, hänge ich noch ein bisschen hinterher. Das sind jetzt 300 Euro, da kommt dann auch wieder die Weihnachtszeit. Beim Block, das ist schön. Da habe ich schon, von den geplanten 3.000, habe ich schon, das kann ich gar nicht lesen, aber das kommen wir mal hoch, von den geplanten 3.000 habe ich beim Blocken, jetzt muss ich leider mal gucken, schon 1.600 Intus, also das wird auch sehr gut laufen. Aber hier siehst du zum Beispiel mal was ganz Spannendes. Das habe ich noch gar keinen gezeigt. Und zwar beim Blocken, da siehst du ja auch die anderen Jahre. Und im Jahr 2019, da kamen über 22.000 Euro durch Blocken rein. Und du siehst es, wie es sukzessive nach unten geht. Und ja, das ist halt der Trend der Zeit. Du kannst heutzutage nochmal Blockengeld verdienen, aber du musst halt damit rechnen, dass es wegen der Konkurrenz und wegen, ja, dass viele auch jetzt eher ins Visuelle rüber wechseln, in YouTube oder TikTok oder wie auch immer, dass da nicht so viele Klicks hinkommen. Aber du kannst auf jeden Fall mit Blocken noch Geld verdienen. Ja, Vermietung und Verpachtung sehe ich ganz gut aus. Und bei Sonstiges bin ich schon weit drüber. Und beim Trading, da starten jetzt im Juli wieder ein paar Trades. Da nehme ich dich bestimmt auch mit auf die Reise. Aber da siehst du, dass im Endeffekt, das sage ich immer wieder, die ganzen, ich sage mal, verschiedenen Cashflows dafür sorgen, dass es dann am Ende irgendwie läuft. Und jetzt ist die Frage, ja, wo ist der Haken? Und der Haken ist in der Gesamtbilanz. Und da scroll ich dich jetzt mal ein bisschen runter. Und zwar am Ende habe ich ja mal eine gesamte Bilanz. Ich nenne das immer so das frugale finanzielle Freiheits-Dashboard. Und da siehst du so die verschiedenen Assets, also zum Beispiel mein Budget für die frugale finanzielle Freiheit, dann die anderen Girokonten, dann die P2P-Kredite, dann so die Sachwerte, Spekulationen und so weiter. Und da siehst du, dass in einigen, ja, Lektionen ein Minus da ist oder nur noch ein knappes Plus. Und das bedeutet ganz einfach, wir haben oder ich habe durch die allgemeinen Marktsituationen, das heißt Aktien, ETFs oder auch bei Spekulationen, zum Beispiel bei den Kryptos, ist dann doch in den letzten Wochen einiges nach unten gegangen. Und du siehst es hier unten schön in der Kurve. Das finde ich mal sehr aussagekräftig. Ich habe angefangen hier vorne mit 0 Euro. Also 0 Euro heißt, das ist quasi mein Vermögen auf 0 gesetzt. Und dann ging es im März nach oben. Da war ich schon, ich sage mal, knapp 2000 plus. Im April, da waren es dann schon über 10.000 plus. Da haben sich also die Assets drumherum toll entwickelt. Und jetzt das, was auch jeder fühlt und was auch in den Nachrichten ist oder was auch in den YouTube-Videos gezeigt wird, dass es jetzt mal so ein bisschen crasht und nach unten geht, das wirkt sich natürlich dann auch aus und geht bei mir nach unten. Klar, habe ich jetzt von dem Ganzen, ja, ist mein Vermögen jetzt auf minus 3.202 Euro runtergerutscht. Das zeigt aber im Endeffekt auch, dass es wichtig ist, dass du andere Assets hast, also zum Beispiel wie die vermietete Wohnung oder was auch immer. Und ja, im Großen und Ganzen bin ich super zufrieden mit dem Monat, also so mit dem, was ich eingenommen habe, weil das ist so die Bestätigung, dass es Monate gibt und hoffentlich auch geben wird, wo ich, ich sage mal, selbstständig überlebe und wo ich auch jetzt nicht an der billigen Nudel knabbern muss, um das mal so auszudrücken. Aber das zeigt auch wieder, dass die Entwicklung des Gesamtvermögens, ja, nicht immer steigen muss, wenn du viele Einnahmen hast. Aber ich gehe einfach davon aus, dass ich die Märkte in den nächsten Monaten, Jahren, Jahrzehnten wieder zurückentwickeln und dann wird das so ein schöner Rebound nach oben und dann funktioniert das. Ja, und das war jetzt eine ganze, ganze Menge geredet, bin ich ganz ehrlich. Vielleicht noch zum Schluss, siehst du, wenn ich schon so viel rede, kann ich auch noch viel zeigen. Zum Schluss, für alle, die es noch nicht wissen, ich habe einen YouTube-Kanal, aber einen Instagram-Kanal und da gibt es wirklich jeden Tag oder ziemlich häufig wirklich sehr coole Sprüche und Motivationen fürs Leben. Da gibt es auch die ganzen, ich nenne es jetzt mal Reels. Reels bedeutet ganz einfach, wenn dieses Video heute dir zu lang ist, gibt es das meistens nochmal kurz vor Instagram und wer ganz modern ist, kann mich auch bei TikTok finden. Also wer mich da verfolgen will, ja, also ich sage immer, verfolge mich bei TikTok, verfolge mich bei Instagram, verfolge mich bei YouTube, aber verfolge mich nicht auf der Straße, sage ich immer. Also da gerne mal in die Beschreibung schauen, sage ich mal. Und dann war es das schon für heute. Ich hoffe, das war nicht so viel, aber ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich auf den Monat zurückschaue, was dann doch alles in diesem Monat passiert ist, was ich gelernt habe und was ich vielleicht auch weitergeben kann. Und wenn du Fragen zu irgendwas hast, ja, habe keine Scheu, immer in den Kommentaren mit, dann beantworte ich sie dir oder ich nehme sie mit ins nächste Q&A-Video und beantworte sie dir quasi persönlich vor der Kamera. Gut, das reicht jetzt. Jetzt werde ich das Video nur noch ein bisschen schnippeln und dann heißt es Pfingsten genießen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Dein Christian von Selbstschuld.com. Mach's gut. Ciao. Ja, im letzten Video hatte ich ja so ein kleines Rätsel vorsteckt. Da hatte ich ja immer ein paar Zahlen eingeblendet und wenn du die so in der Reihe machst, war die Aufgabe, so die Zahlenreihe zu vervollständigen. Und soll ich dir was sagen? Ich habe zwar einige, ich sage mal, Antworten bekommen im Kommentar oder per E-Mail, aber es war noch keiner dabei, der die Zahlenreihe vervollständigen konnte in dem Sinne, wie ich sie aufgebaut habe. Also sprich, mit meiner Logik. Und deswegen blende ich sie dir noch mal irgendwo ein und gebe dir einfach mal die Aufgabe mit, vervollständige mal die Zahlenreihe. Ich möchte mal sehen, ob jemand so verrückt denkt wie ich und das rauskriegt. Und wer es rauskriegt, als erster, der hat natürlich nicht nur Anerkennung und Respekt von mir verdient, sondern auch einen kleinen Preis. Was es ist, weiß ich noch nicht, aber irgendwas Cooles wird es werden. Juti, dann war es das für dieses Mal. Viel Spaß beim Knobbeln und bis zum nächsten Mal. Ciao.